Hallo, ich bin Carola. Ich bin heute hier. Mal wieder vor einem Jahr war ich das erste Mal in London bei der Extinction Rebellion mit dabei, weil unsere Regierung und damit meine ich alle Regierungen der Industrieländer noch lange nicht genug unternehmen, um dem Artensterben und der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Die friedlichen Demonstrationen, die es in der Vergangenheit gab, Petitionen haben nichts bewirkt oder zumindest nicht ausreichend. Deswegen sind wir leider gezwungen, hier zu protestieren, bis die Bundesregierung endlich einen ökologischen Notstand ausruft.